Hallo liebe KiCat-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KiCat 7. In diesem Video möchte ich euch den Schaltplan-Editor anfangen vorzustellen. Das werden mehrere Videos, das wird sonst zu umfangreich, das in einem Video zu machen. Hier zu dieser Oberfläche haben wir soweit alles gesagt. Wir haben hier noch die Symbol-Bibliotheken und die Footprint-Bibliotheken. Das stelle ich dann vor, wenn ich hier den Editor und den Footprint-Editor und den Symbol-Editor vorstelle. Wir machen jetzt hier aber mal mit dem Schaltplan-Editor weiter. Also in dieser Oberfläche kann ich jetzt also beim KiCat meinen Schaltplan zeichnen. Und wenn wir das starten, erscheint das seit KiCat 7 in dieser Darstellung. Hier die Schaltplan-Hierarchie wird von vornherein mit angezeigt. Hier würden jetzt alle Schaltplan-Blätter auftauchen, die ich in einem Schaltplan habe. Könnte ich entsprechend schnell hin und her navigieren. Dazu komme ich dann aber, wenn ich die hierarchischen Schaltpläne vorstelle. An sich kann ich das jetzt hier oben über dieses Kreuz zumachen für den Einsteiger oder eben hier über diesen Button. Ich kann das hier mit diesem Button auf- und zumachen. Ich empfehle jetzt erstmal, das zuzumachen für die Einsteiger unter euch. Das brauchen wir nicht, weil der erste Schaltplan wird mit Sicherheit nicht gleich ein hierarchischer sein, sondern sich eher hier auf so einem einzelnen Blatt bewegen. Und damit ist das also unnötig und verschwendet nur Platz in der Darstellung. Wir sehen auch hier, die Kreuze habe ich extra ein bisschen größer gemacht. Damit sollten die auch für euch besser darstellbar sein. In unserem Schaltplan-Oberfläche haben wir jetzt hier im Prinzip drei bzw. vier Menü- oder Button-Leisten. Wir haben einmal hier die linke Button-Leiste Toolbar. Wir haben hier die rechte Toolbar. Wir haben hier die obere Toolbar, wo ich also auf diverse Funktionen des Programms zugreifen kann. Und wir haben natürlich hier oben die Menü-Leiste an sich selbst, wo ich hier im Prinzip auch nochmal all das, was ich hier auf Buttons eingestellt habe oder auf Buttons anwählen kann, auch hier über die Menü-Leiste einstellen kann. Ich fange mal an mit der linken Toolbar hier. Da haben wir einmal hier das Raster, ein- und ausblenden, also einmal klicken, einblenden, einmal klicken, ausblenden. Ich kann jetzt hier verschiedene Raster oder verschiedene metrische Einheiten einstellen. Einmal hier in Inch. Ich kann das hier in Mill einstellen oder eben in Millimeter. Ich lasse das in der Regel eigentlich hier auf Millimeter. Aber wie gesagt, auch kein Problem. Kann man hier in Mill und Inch umschalten. Dann haben wir hier das fensterfüllende Fadenkreuz. Das hatte ich in den Voreinstellungen ja so eingestellt. Hier kann ich das wieder ausschalten. Dann habe ich hier so ein einfaches Fadenkreuz. Ich lasse das mal drin. Ich denke, da ist das vielleicht für euch auch besser zu sehen im Video. Dann haben wir hier das Ein- und Ausblenden von verborgenen Pins. Das sehen wir dann, wenn wir mal Symbole einfügen, wo es solche verborgenen Pins gibt. Die kann ich dann also hier damit ein- und ausblenden und mir darstellen lassen. Dann haben wir hier einen wichtigen Button. Ich kann hier umstellen das Zeichnen der Leiterbahnen. Ich gehe mal hier drauf. Ich wähle jetzt mal hier einen beliebigen Zeichenwinkel an. Und ich hatte es ja schon erwähnt, dass wir hier Shortcuts verwenden. KeyCat ist für viele Shortcuts ausgelegt. Ein paar empfehle ich euch und leg die euch wärmstens ans Herz. Die solltet ihr unbedingt beherrschen. Und da haben wir einmal hier das W für Wire. Ihr seht, dass sich jetzt das Werkzeug geändert hat. Ich gehe nochmal hier mit Escape auf Abbrechen. Da haben wir hier unseren ganz normalen Mauspfeil. Und wenn ich hier auf W drücke, wird das Werkzeug Wire eingeschalten. Und damit kann ich also Verbindungslinien zwischen Bauelementen zeichnen. Und wenn ich die jetzt hier drauf klicke, sehen wir, kann ich jetzt also hier eine Leiterbahn ziehen in irgendeinem beliebigen Winkel. Das war jetzt dieser Button. Den habe ich jetzt damit eingestellt. Und ich habe jetzt hier eine beliebige Winkelleiterbahn eingestellt. Wenn ich jetzt den nächsten Button wähle, habe ich hier nur noch die Möglichkeit 90 Grad Winkel zu zeichnen. Das heißt, ihr seht, ich kann jetzt, egal wie ich meine Maus bewege, ich kann jetzt hier nur noch 90 Grad Winkel legen. Ich kann den jetzt hier ablegen, einmal klicken, dann wird diese Ecke fest. Dann kann ich hier wieder klicken, die nächste Ecke fest und so weiter. Mit Doppelklick lege ich das Ganze ab. Wir sehen also, jetzt ist es nur noch möglich, rechte Winkel zu zeichnen. Und als dritte Alternative haben wir jetzt hier noch die Möglichkeit, einen 45 Grad Winkel zu bearbeiten. Das heißt, ich kann also hier Leiterbahnen so zeichnen, dass ich hier immer solche 45 Grad Winkel erhalte. Mit Rechtsklick komme ich ins Kontextmenü, kann ich dann auch entsprechend abwählen und das Werkzeug ausschalten. Das sind im Wesentlichen die drei Möglichkeiten, wie ich hier Leiterbahnen zeichnen kann. Ich denke, die erste mit den freien Winkeln, die scheidet eigentlich aus. Es empfiehlt sich wirklich hier entweder die 90 Grad Variante zu nutzen oder hier noch mit 45 Grad. So ist es auch eigentlich in den Normen vorgegeben. Mit solchen freien Winkeln empfehle ich euch nicht zu arbeiten. Das wird dann unter Umständen so dermaßen unübersichtlich, dass er da in Teufelsküche kommt. So, dann haben wir hier noch die Bauteil-Annotation. Die kann ich hier entsprechend umschalten. Das zeige ich euch auch noch in einem der nächsten Videos. Und den unteren Button hier hatte ich ja bereits erklärt mit dem Ein- und Ausblenden der Schaltplan-Hierarchie. Ich kann mit dem Scrollrad von meiner Maus hier rein und raus zoomen. Ich kann mit dem Scrollrad und der Steuerungstaste hier links und rechts mich bewegen oder meinen Schaltplan hin und her bewegen. Und wenn ich das mit der Shift und der Scroll-Taste tue, dann kann ich also nach oben und nach unten mich bewegen. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel, ich zoome jetzt hier mal völlig rein, weiß also gar nicht mehr, wo ich bin, dann drückt ihr bitte auf eurer Tastatur die Taste POS1 oder Home, je nachdem wie sie beschriftet ist. Und damit wird automatisch mein Schaltplan wieder auf oder in den Bildschirm reingezoomt. Egal wie und wo ich mich befinde, wird dann also mein Schaltplan hier so dargestellt, dass er exakt im Bildschirm oder in den Bildschirm reinpasst. Das kann ich auch hier oben über diese Buttons erreichen. Die werde ich dann im nächsten Video vorstellen. Ich möchte jetzt hier mal mit der rechten Toolbar weitermachen. Wir haben also jetzt hier ausgewählt das ganz normale Elemente wählen-Werkzeug. Dann haben wir hier also den Pfeil. Ich kann also jetzt hier verschiedene Elemente anwählen. Ich zoome mal ein bisschen rein. Ihr seht, sobald ich hier draufklicke, werden die hier so ein bisschen hinterlegt. Damit kann ich Elemente anwählen. Jetzt bin ich auch hier schon versehentlich auf Eigenschaften gekommen. Und ihr seht, wenn ich jetzt, ich mache das nochmal zu, wenn ich also jetzt hier so eine Leitung anwähle, kann ich die Taste E wählen für Eigenschaften und kann jetzt hier mir die anzeigen lassen oder eben ändern. Und zum Beispiel kann ich jetzt sagen, ich möchte das hier mal in Rot dargestellt haben, diesen Abschnitt. Ich kann jetzt hier auch sagen, ich möchte das als Punktlinie haben und so weiter und so weiter und kann jetzt sagen, okay und schon wird das hier angepasst. Das erreiche ich auch, wenn ich jetzt hier mal dieses Element wähle und hier auf Rechtsklick gehe, kann ich jetzt hier, sehe ich ja, da habe ich ein riesengroßes, ein riesengroßes Kontextmenü. Und da kann ich jetzt also hier zum Beispiel auch hier auf Eigenschaften gehen. Die anderen Elemente zeige ich euch später, kann mir das hier über Eigenschaften entsprechend auswählen lassen. Können wir hier mal einen Strichpunkt draus machen und dann wird das sofort geändert. Als nächstes haben wir hier den Button, hebt Netzverbindungen hervor. Das machen wir mal. Ich kann jetzt hier drauf gehen und kann jetzt hier so eine Leiterbahn anwählen. Dann wird die hier farblich hinterlegt. Wenn ich nochmal drauf klicke, ist sie wieder weg. Das ist also nicht bleibend, sondern nur für dieses eine Netz, was ich hier anwähle. Damit habe ich den großen Vorteil, kann ich mir anzeigen lassen bei der Fehlersuche oder bei der Vertratung, wenn irgendwo was nicht passt oder auch an sich, ob ich alles richtig angeschlossen habe. Kann ich mir also sagen, ich klicke das Netz hier an und sehe dann im gesamten Schaltplan, wo ist es farblich hinterlegt und wo ist es also angeschlossen und kann damit zum Beispiel Fehler beheben. Das ist für die Fehlersuche ein ganz entscheidender Punkt oder ob auch alles richtig angeschlossen ist. Dann haben wir als nächstes Tool hier das Tool ein Symbol hinzufügen mit der Taste A. Ich mache das jetzt hier mal über die Taste A. Ihr seht, ich bin hier noch im Netz auswählen. Das ist also noch nicht Element wählen, sondern ich bin jetzt hier noch nach wie vor im Netzauswählmodus. Ich kann also hier noch markieren. Und wenn ich jetzt die Taste A drücke, wird das Werkzeug sofort umgeschalten und ich kann hier Symbole mir einblenden lassen oder auswählen. Ich möchte hier auch Symbole platzieren. Ihr seht, im Hintergrund wurden jetzt die Symbolbibliotheken geladen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier das R eingebe für Resistor, dann kann ich hier mal, bin ich sofort drauf, habe ich den Widerstand. Hoppala, Doppelklick sollte man natürlich nicht machen. Hier nochmal auf Escape. Ich mache das hier nochmal weg. Ich zeige es euch nochmal. Also Taste A klicken. Wir haben jetzt hier R. Wir sehen, das sind die letzten benutzten Elemente, die hier dargestellt werden. Und wenn ich jetzt sage, hier okay, hängt das hier also an meiner Maus und ich kann das jetzt irgendwo hinbewegen und ablegen. Wenn ich jetzt mehrere Widerstände habe, wäre es ja umständlich, jetzt wieder hier zu klicken, wieder diesen anzuwählen, wieder okay zu klicken und hier wieder abzulegen. Immer das letzte Element, was hier ausgewählt war, kann ich also mit der Taste Einfügen sofort wiederholen. Das heißt, immer wenn ich jetzt hier die Taste Einfügen wähle, wird hier sofort automatisch ein Widerstand dran gehängt an die ganze, an meine Maus und ich kann den eben bewegen. Ich kann den auch mit der Taste R jetzt für Rotate, in dem Fall ist das hier eine Doppelbelegung, also nicht nur der Widerstand im Auswahldialog, sondern hier als Tool für den Schaltplan ist es hier Rotate. Dann kann ich also hier drehen und ich kann den auch jetzt hier zum Beispiel auf diesen Anschluss ablegen und klicke einmal, dann wird da auch hier dieser Widerstand sofort angelegt. Ich kann noch einmal drauf gehen, kann jetzt hier zum Beispiel sagen, ein D für Diode, wähle die hier aus, lege die hier ab, mit Einfügen kann ich mir hier die nächste Diode holen und wenn ich jetzt noch einmal das nächste Symbol habe oder haben möchte, sehen wir, hier kürzlich benutzt haben wir immer das letzte Element, normalerweise sollten es auch mehr sein. Ich muss noch einmal schauen, ob man das in den Einstellungen noch irgendwo einstellen kann, wie viele hier von diesen kürzlich benutzten Symbolen noch vorgehalten werden. Das war unser Symbole einfügen. Dann haben wir das nächste Element hier. Ich wähle es jetzt mal hier über diese Toolbar aus oder eben mit der Taste P für Power. Hier kann ich jetzt hinzufügen, ich brauche auch mal in meinem Schaltplan einen Ground zum Beispiel, dann kann ich den hier hinzufügen, auch hier wieder gleiches Verhalten mit der Taste Einfügen kann ich das tun. Ich kann jetzt wieder die Taste P drücken, weil ich zum Beispiel jetzt hier nochmal 5 Volt benötige. Ich drücke also hier die 5, dann können wir hier alles, was mit 5 belegt ist, können wir hier mal 5 Volt hinzufügen. Legen wir es einfach mal hier ab. Auch hier würde jetzt wieder das Einfügen funktionieren. Mit Escape kann ich abbrechen. Ich mache nochmal einen Klick in den Schaltplan und jetzt möchte ich euch hier noch was ganz Besonderes zeigen. Das ist das Powerflag. Das brauchen wir auch noch. Dazu gibt es auch immer wieder Fragen und Verwirrungen. Ich versuche es euch dann in einem der nächsten Videos mal genau zu erklären, was sich dahinter verbirgt. Also ein ganz wichtiges Symbol hier, das Powerflag. So, mit Escape kann ich das Element beenden oder das Werkzeug beenden oder eben mit Rechtsklick auf Abbrechen kann ich euch auch nochmal zeigen. Ich gehe mal hier auf Wire rein, Rechtsklick kann ich es auch hier über Abbrechen beenden. Dann haben wir hier die Möglichkeit einen Bus hinzuzufügen. Ich kann also Leiterbahnen oder mehrere Leiterbahnen in einer sozusagen zusammenfassen. Dann haben wir hier so einen Bus. Und das wird hier über dieses Symbol oder über die Taste P erreicht. Ich kann natürlich oder ich muss ja an diesen Bus elektrische Verbindungen anschließen. Das ist hier das nächste Symbol. Das ist jetzt hier mit der Taste Z zu erreichen. Für die Einsteiger sind diese beiden Buttons jetzt hier wahrscheinlich erstmal noch nicht so interessant. Ich lege den jetzt hier mal ab. Ich mache das hier mal, lege mir mal oder legen wir den mal hier rüber. Kann ich mir also jetzt hier diese Anschlüsse hier dranlegen an den Bus. Wähle jetzt die Taste W und schließe mir eben zum Beispiel mal hier den Widerstand an. oder gehe nochmal hier drauf und ziehe mir mal eine Diode dran. Und damit hätte ich jetzt hier diese beiden Bauelemente an den Bus angeschlossen und könnte die eben auf irgendwo anders wieder rausführen, diese beiden Leitungen und diese beiden Netze. Als nächstes haben wir hier auch einen ganz wichtigen Button. Das ist das keine Verbindungssymbol, über die Taste Q zu erreichen. Ich gehe mal hier drauf, Q. Dann sehen wir hier so ein kleines X am Cursor hängen. Wofür ist das wichtig? Gut, bei einem Widerstand oder bei einer Diode brauche ich es nicht, weil ich ja permanent beide Pins anschließe. Aber ich kann ja zum Beispiel, ich gehe mal hier mit der Taste A, ein anderes Bauelement kann ich ja mal einfügen. Nehmen wir mal hier so ein, na, müssen wir das mal nehmen. Nehmen wir hier mal so einen Single Low Noise Op Amp. Den füge ich jetzt mal hier einfach ein. Beende mein Werkzeug. Und jetzt kann es ja durchaus sein, dass ich hier bei diesem Op Amp irgendeinen Pin aus welchem Grund auch immer nicht anschließen muss. Wenn ich jetzt meinen DRC-Check laufen lasse, wenn der Schaltplan fertig ist, würde mir eine Fehlermeldung angezeigt oder eine Warnmeldung, dass hier zum Beispiel irgendeiner der Pins nicht angeschlossen ist. In dem Fall, so wie es jetzt ist, würde er sogar alle anzeigen. Damit weist mich KeyCat darauf hin, dass ich also hier irgendwas vergessen habe anzuschließen oder dass ich das hier entsprechend KeyCat mitteilen muss, dass es da nichts angeschlossen wird. Und das tue ich eben hier mit diesem Q- oder mit diesem Q-Verbindung, keine Verbindung. Wenn ich den jetzt hier drauf ablege, würde also die Warnmeldung verschwinden, dass dieser Pin 4 jetzt hier nicht angeschlossen ist. Ja, kann also sein, ich brauche jetzt hier diesen Pin 4, aus welchen Gründen auch nicht brauche ich den nicht. Und dann kann ich da sagen, okay, keine Verbindung. Damit teile ich also KeyCat mit, okay, das ist so richtig, dass da keine Leitung dran geht. Dann gibt es hier die Möglichkeit, einen Knotenpunkt hinzuzufügen, einen Junction. Das kann manchmal nötig sein, wenn sich hier Leitungen kreuzen. Und ich feststelle, okay, ich brauche jetzt hier nicht eine Kreuzung, sondern ich möchte das jetzt hier verbinden. Füge ich also hier meinen Junction hinzu. Das geht aber nur, wenn sich die Leiterbahnen hier kreuzen. Kann ich also draufklicken, zack. Und damit wären jetzt hier diese beiden Leitungen verbunden. Kann ich euch auch zeigen. Ich gehe nochmal hier zurück mit rückgängig, STRG Z kann ich das hier rückgängig machen. Ich markiere mal hier mein Netz. Wir sehen, jetzt ist das hier alles noch nicht verbunden. Und dann gehe ich hier drauf und sage, okay, ich möchte jetzt hier einen Junction ablegen. Dann ist das verbunden. Und wenn ich jetzt nochmal hier mein Netz hervorhebe, dann sehen wir, wird jetzt alles andersfarbig dargestellt. Und damit sehe ich, okay, ich habe jetzt hier zwei solche Leiterbahnen verbunden. Als nächstes ganz wichtiges oder ein ganz wichtiges Tool ist hier das Label. Ich muss oder ich sollte meinen einzelnen Netzen hier Bezeichnungen hinzufügen. Dazu drücke ich mal L für Label und kann jetzt also hier so einer Leiterbahn einen Namen geben. Ich nenne den jetzt hier vielleicht mal zum Beispiel L1 und kann das hier anschließen. Ich kann hier rangehen und sagen, das nenne ich jetzt mal L2 zum Beispiel. Oder ich kann auch hier natürlich was anderes vergeben. Ich kann natürlich sagen, was weiß ich, Signal 1 oder Rx und Tx, wie auch immer und kann das entsprechend anfügen. Da sehen wir, jetzt habe ich es hier unten durch klicken hier unten abgelegt. Wie kriege ich das jetzt hier oben hin? Es soll ja eigentlich an diese Leitung. Dann kann ich hier mein Werkzeug beenden. Wähle das aus, dass es unterlegt ist. Oder alternativ, ich gehe mit meinem Cursor drauf und sage jetzt Bewegen ist Move im Englischen. Wähle das hier also an, drücke die Taste M und damit hängt das hier wieder an meinem Cursor dran. Und ich kann es hier oben ablegen. Ja, so geht das also mit allen Bauelementen. Ich kann hier also drauf gehen, Move drücken, kann es hier bewegen und wieder ablegen. Oder ich wähle es vorher an und drücke dann die Taste Move und bewege mein Element von A nach B. Sollte das nötig sein. Als nächstes können wir hier verschiedene Netztlassen mit Anweisungsbezeichner hinzufügen. Das zeige ich euch jetzt im nächsten Video, was sich dahinter verbirgt. Und wir haben hier die Möglichkeit Labels zu vergeben, zum Beispiel eben sogenannte globale Labels. Welchen Vorteil hat das? Ich kann den jetzt hier mal ablegen. Nenne den mal A1. Und ich lege den hier ab. Sage jetzt mit der Taste W, ich möchte hier eine Verbindung machen. Beende mein Werkzeug. Sage jetzt hier rechtsklick. Ich kann es kopieren. Steuerung C. Kann jetzt hier auf Einfügen gehen. Also Steuerung C, Steuerung V. Alles kein Problem. Und kann jetzt zum Beispiel diesen Label, legen wir mal hier hinten an die Diode dran, verbinde das wieder. Ihr seht, in den Einstellungen ist noch eingestellt. Sobald ich jetzt hier mit meinem Cursor auf so einen Anschluss-Pin komme, wird automatisch das Wire-Tool ausgewählt. Das kann man in den Einstellungen auch ändern. Hatte ich ja schon erwähnt. Und ich lasse es jetzt mal hier an. Und damit kann ich jetzt hier meine Verbindung ziehen. Sobald ich damit fertig bin, ist das jetzt verbunden. Was kann ich damit erreichen mit solchen Labels? Ja, wenn ich jetzt also hier ein Bauelement auf der linken Seite meines Schaltplans habe und möchte damit hier auf die rechte Seite, ohne jetzt hier durch den ganzen Schaltplan eine Leitung ziehen zu müssen, dann kann ich also hier mit solchen Labels arbeiten. Diese globalen Labels, da bin ich aber sehr vorsichtig damit, da kann ich nur davor warnen, gerade in hierarchischen Schaltplänen kann es da schnell mal dazu führen, dass ich irgendwas irgendwo falsch anschließe. Und deshalb meine Warnung, seid da also bitte vorsichtig damit. Es bietet sich an, hier eher mit solchen normalen Labels zu arbeiten. Deswegen auch das kann ich benutzen, weil dieses normale Label eben nur in diesem Schaltplanblatt verwendet wird. Während dieses globale Label, das werden wir dann beim hierarchischen Schaltplan sehen, das kann ich also jetzt hier durch alle Schaltpläne nach unten ziehen und damit überall in allen Schaltplänen Bauelemente anschließen. Und da muss ich dann schon wissen, was ich tue. Da gibt es bessere Lösungen, die werde ich auch noch vorstellen. Dann haben wir hier die nächsten drei, hierarchische Bezeichner, hierarchischen Schaltplan, hierarchischen Schaltplan-Pin herausführen. Das werden wir dann mit dem hierarchischen Schaltplan machen. Logischerweise für den Einsteiger jetzt hier erstmal uninteressant. Dann kann ich hier ein Textelement hinzufügen. Ich kann einfach hier irgendeinen Text reingeben, eben zum Beispiel hier Hallo Welt. Dann habe ich den hier drin. Ich kann den hier formatieren mit verschiedenen Größen, Farben, linksbündig, rechtsbündig, dick und so weiter. Wie man das als Schreibprogramm auch gewöhnt ist. Ich kann hier auch einen Hyperlink hinzufügen, zum Beispiel auf eine Webseite oder eben auf ein File, zum Beispiel könnte ich jetzt hier reingehen und dann mache ich eben zum Beispiel www.youtube.com und dann wäre das hier eingefügt. So, jetzt habe ich, hoppala, ich gehe mal hier auf Abbrechen. Jetzt habe ich also einen Hyperlink, der Hallo Welt heißt, aber eben hier auf YouTube verweist. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann sagt er, öffne das und dann würde der jetzt hier YouTube öffnen. Et voilà. So, ich kann weiterhin neu in KiCat 7 hier ein Textfeld hinzufügen. Das heißt also nicht nur einen einzelnen Text, sondern auch ein ganzes Textfeld. Hier kann ich also jetzt reinschreiben, ganze Texte. Auch hier kann ich wieder Links hinzufügen und das entsprechend hier formatieren mit Vordergrund- und Hintergrundfüllung und so weiter. Habe ich das also hier abgelegt und habe dann also ein Textfeld. Dann haben wir hier noch verschiedene grafische Elemente, ein Rechteck. Wir haben hier noch den Kreis und auch einen Kreisbogen, den ich mir hier aufziehen kann, eben um zum Beispiel nicht elektrische Elemente zu zeichnen in meinem Schaltplan. Oder eben, ich kann jetzt hier auch noch über die Eigenschaften zum Beispiel hier eine Füllung vorgeben und damit meinen Schaltplan hier grafisch aufpeppen, wo das eben nötig ist. Ich kann jetzt hier auch noch eine, oder ich kann hier auch noch Linien ziehen. Einfach eine grafische Linie, um zum Beispiel verschiedene Schaltplan-Teile abzugrenzen. Das bietet sich recht gut an. Das mache ich häufiger mal mit der Linie arbeiten. Mal beenden. Und zwar kann ich jetzt sagen, in diesem Bereich hier hätte ich jetzt zum Beispiel meine Spannungsversorgung, hier im rechten Bereich irgendwelche Ausgänge, hier in der Mitte dann zum Beispiel den Prozessor, hier unten die Eingänge und so kann ich hier verschiedene Schaltplan-Abschnitte auf meinem Blatt hier nochmal ein bisschen besser darstellen und voneinander abgrenzen. Dafür bietet sich das eben an. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, ein Bild hinzuzufügen, zum Beispiel ein Firmenlogo. Da gibt es also verschiedenste Bilddateien hier, JPEG, BMP, PNG, also die üblichen Verdächtigen, die kann ich mir dann hier auswählen. Und dieses Bild dann hier in den Schaltplan hinein einfügen, sollte das aus welchem Grund auch immer nötig sein. Als letztes Tool hier auf der rechten Seite haben wir hier den Radiergummi, das Entfernen von Elementen. Ich brauche also jetzt hier nicht jedes Element einzeln anklicken und dann die Entfernen-Taste drücken, sondern ich gehe hier einfach drauf. Es wird markiert. Seht ihr hier, sobald ich drüber bin, wird es markiert. Und wenn ich dann einmal links klicke, wird das Ganze hier rausgeschmissen. Und ich kann damit meine Elemente entfernen, einzelne Elemente. Dann gibt es noch die Möglichkeit, mit der Maus zu markieren und zu entfernen. Und da gibt es wie in jedem guten CAD-Programm auch, einmal von links oben nach rechts unten, also linke Maustaste gedrückt halten, klicken und dann ein Fenster aufziehen. Hier werden jetzt nur die Elemente gelöscht, die vom Feld komplett eingefangen sind, also umschlossen sind. Das sehen wir jetzt hier. Wenn ich jetzt loslasse, werden also nur die Diode und hier der globale Label und eben hier die beiden Pins markiert. Und wenn ich jetzt Entfernen drücken würde, verschwinden diese beiden Bauelemente. Die Pins hier in dem Fall natürlich nicht. Die waren zwar komplett eingeschlossen, aber die gehören hier eben zu diesem Bauelement. Und damit bleiben sie natürlich dran. Das wäre fatal, wenn es nicht so wäre. Andersrum kann ich natürlich jetzt von rechts unten nach links oben klicken. Und ihr seht es jetzt hier bei den Widerständen und auch bei dem Op-Amp. Hier reicht es jetzt nur, nur, dass das Feld also ein Element berührt und damit wird es automatisch markiert. Und ich kann jetzt sagen, okay, entfernen oder bewegen, wie auch immer. Und kann dadurch schnell Elemente auswählen oder eben auslassen beim Auswählen. So, ich lösche das hier alles mal wieder raus. Das soll es jetzt an dieser Stelle mal gewesen sein. Im nächsten Video gehe ich dann hier auf die obere Toolbar ein und dann fangen wir auch mal an, einen richtigen Schaltplan zu zeichnen. Schönen Abend, bleibt gesund und bis die Tage. Tschüss.